Hallo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Marcel Brun. Heute, nach langer Zeit, nehmen wir mal wieder ein Minecraft-Projekt auf. Äh, kein Minecraft-Projekt, sondern eine Folge Minecraft. Heute gehen wir ins End mit, glaube ich, der besten Minecraft-Nicht-Ercheatete-Rüstung. Mit dabei haben wir drei Stacks OP-Gold-App für zwei Stacks normale, zwei Stacks Baumaterialien, das Buch gilt jetzt nicht. Und, so Leute, jetzt geht's... Ach, wieso geht das jetzt nicht an? So Leute, es tut mir leid, aber ich hab's versucht die ganze Zeit. Ich kann's auch mal beweisen. Hier steht ein netter Portal, da hinten steht ein netter Portal. Hier müsste eins stehen. Es hat nicht funktioniert. Das ist halt irgendwie das Komische. Und es verärgert mich halt. und deswegen gehen wir jetzt ins ja improvisieren halt ähm Oh, ich hab's auch so bisschen weggeschmissen. Wir machen uns jetzt erstmal ready. Eigentlich wollte ich jetzt ins End und einen Ender drauf besiegen. Aber weil das ja nicht funktioniert hat so ich bin verstorben gehen wir jetzt ins Netter. Ähm Ja Wir gehen heute mal ins Nedder und probieren einfach mal zu überleben solange wie es geht. Wir haben ja Baumaterialien dabei. Sollten eigentlich bestens ausgestattet sein. Wir haben auch eine Effizienzspitzhacke. Wir haben Schwert bis zum Gehtnichen mehr. Also wir sind bestens vorbereitet. Oben haben wir auch da. Aber bloß, dass der ja nicht so nennen. chaotisch. Ich hab mir jetzt grad wieder Pfeile geholt. Ähm Aber erstmal kurz erstmal was dass wir wieder regenerieren. Würde ich mal sagen. Wir müssen Ah, nein! Goldenen Apfel. Die hätte ich immer bereit halten müssen. Weil diese goldenen Apfel sind zu OP. Aber da einmal kurz in Lava fällt Ja Man kann in Lava schwimmen. Das ist halt zu OP. Ich weiß halt auch nicht, wie ich hier rauskomme. Deswegen brauche ich mich erstmal hier hoch. Wenn es geht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Am Samstag kommt wie gehabt ein Livestream. Ich schwimme jetzt einfach in der Lava hier hoch. Perfekt. Ich muss jetzt halt hier irgendwo hochkommen. Ah, hier oben ist ja mein Gast. Boom. Außer Gefecht geschalten. Also ausgeschalten halt. Danke nochmal für die fast 900 Abonnenten. Ich werde auch ein 1000 Abonnenten-Special machen. Das werde ich. Ah, Spider-Man. Äh, was für Spider-Man. Das ist alles Sterben. Feuer. Meine Rüstung geht eh nicht kaputt. Ich habe da Reparatur draufgeklatscht. Federfall. Schutz 4 sollte eigentlich in Ordnung sein. Wir sind hier in irgendeiner Höhle gefangen. Das ärgert mich gerade zutiefst. Hm. Vielleicht können wir uns noch hochbauen in der Hoffnung, dass wir vielleicht mit unserer Glücksspitzhacke was sehen. Wir sehen uns dann, wenn wir oben sind. So, wir sind jetzt noch nicht oben, aber wir kramen uns mal Richtung hier lang. Vielleicht sehen wir was. Ah, hier geht es ja mal hoch. Es darf nicht runtergehen. Wir wollen kein Netherite farmen, sondern ja, wow. Jetzt sind wir wieder hier. Das nervt mich gerade. Irgendwie. Ja, was. Das macht halt unser Inventar voll, aber das können wir verbrennen, wenn es halt sein muss. Oh, wir sind ja schon hier bei Wedge Rock. Okay. Dann müssen wir uns halt eben nach hier graben. Vielleicht finden wir was. Mein Spitzhack ist... Hat die Reparatur drauf? Nein, das bedeutet die ganz... Ah, die hat mal effizientsten Glück drauf. Das ist halt das Schlechte. Falls die kaputt geht, sind wir dann... Also bin ich am Arsch. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Ja, ich weiß, nicht so spannend. Aber Digga, es geht hier nicht raus. Oben ist schon Badge Rock. Greifen wir uns mal ein bisschen nach unten ein bisschen. Unser Spawnfunk ist richtig scheiße. Ja, wir haben schon den ganzen Stecks voll. Mann, ich weiß nicht mehr weiter. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl, um halt eben kurz mit... Also wir sehen uns bis gleich. Wenn wir mal oben angekommen sind, bis gleich. So Leute, wir sind wieder da. Wir sind wieder hier am Anfang. Da wir ja einen scheiß Spawn haben, gehen wir nochmal kurz an anfangen und gucken vielleicht, ja, wo wir da rauskommen können, weil es kann ja nicht sein. Sind ja hier... Ah! Oder? Nee. Es sah halt so aus, wo wir uns da regeneriert haben, dass wir an der Oberfläche sind, aber das sind wir leider nicht. Das ist halt sehr traurig, ist ja, weil wir nicht Action haben. Deswegen müssen wir halt ein bisschen gucken. Hallo Monster. Tschüss. Egal. Wir müssen nach oben statt nach unten, oder? Oder wir farmen halt... Ja, ich weiß halt nicht, wohin wir können. Ob wir jetzt hier hoch oder irgendwo anders... Ich glaube... Wir haben doch... Wir sind hier in der Sackgasse. Das ist egal. Wenn wir durch Feuer laufen, aber... Wir finden nichts. Sorry, Leute, aber wir haben Gast. Servus. Servus. Das müssen wir jetzt halt kurz überleben, aber... Von da hinten... Vielleicht, wenn wir es schaffen. Ja, das tut... Das hat weh. Also, das hat dem... Ich erst mal lieber einen goldenen Apfel, sagen wir es mal so. Ein op-verzauberter goldener Apfel. Also, dass alle meine Herzen generieren. Mann. Wo geht es hier lang? Es wird jetzt ein bisschen nicht so spannend, aber... Es geht in eine Sackgasse. Sackgasse. Perfekt. Aber wenn wir da weitergraben, vielleicht finden wir was. Okay. Erst mal kurz Besuch. Moin, Meister. Was geht denn hier ab? Ich habe gerade keine Ahnung, was hier abging. Und... Wieder eine Sackgasse. Geilo. Quarz. Wow, richtig geil. Quarz kurz fahren. Ich liebe das. Wenn man Effizienz drauf hat. Auf seiner Spitzhacke. Die Folge ist echt chaotisch. Wow. Wo ist... Wo sind wir hier? Wenn wir jetzt wieder am Spawn sind, dann schwöre ich, flippe ich langsam aus. Oder sind wir hier am Spawn? Weil... Ich weiß es nicht. Ich glaube, damit beende ich die chaotische Folge. Das war meine erste Folge seit langem. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Mich würde es echt freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Tschülü. Schönen Tag euch noch.